Ente in die Maus, ist die Batterie alle? Wohin? Ist die Batterie alle? Kaputt? Ist nicht kaputt, die Batterie ist leer. Leer? Ja, die Batterie ist leer. Kaputt? Musst du die Batterie wechseln? Kaputt? Nein, das ist nicht kaputt das Spielzeug. Nur die Batterie ist leer. Kap... leer? Ja, die Batterie ist leer. Kaputt? Sollen wir die Batterie wechseln? Aha. Kaputt? Nein, ist nicht kaputt das Spielzeug. Nur die Batterie muss gewechselt werden. Wenn wir die Batterie gewechselt haben, kann man ganz normal weiterspielen. Äh? Hm? Nicht mehr. Nicht mehr. Willst du ABC singen mit dem Papa? Nein. Nein? Was willst du denn machen? Hm? Eins. Zwei. Drei. Willst du zählen lernen? Müder. Sechs. Bist du müde? Kaputt? Ist gar nicht kaputt. Siehst du, es funktioniert ja. Nur die Batterie. Weiter. Weiter? Ja, dann mach weiter. Wo ist denn der Kreis? Welche Farbe hat der Kreis? Rot. Ja. Und wo ist das blaue Viereck? Ja. Und das gelbe Dreieck, wo ist das? Ja, genau. Super, Anthony. Das sind die Farbe. Das ist das gelbe Dreieck. 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 Welche Farbe hat der Hund? Welche Farbe hat der Hund von den Menschen? Lila. Ja, genau. Baby. Baby!